Ja, ich bin jetzt bei LAC, bin jetzt Spieler bei Tourmann von LAC, offiziell und ja, ich freue mich hier zu spielen und hier auch weiter zu spielen. Also, weiter. Okay, guys, yeah, we won 5-0 gegen LAC, pretty good match, we were very dominant and everything was going pretty well. So, they didn't have a chance and yeah, we scored a lot of goals and I think we played very good. Ja, wir haben gegen LAC gespielt, haben 5-0 gewonnen, haben eigentlich ein solides Spiel gespielt, haben wenig zugelassen und ja, schöne Tore. And about the game too, if you want. Und, äh, wir haben gewonnen, wir haben sehr gut gespielt, wir haben 5-0 gewonnen. Ich freue mich mit meiner команde. Bye! Hallo, hier, heute hat Loro ein Match, also bei der U16. Es ist ein schönes Wetter, heute spielt LAC gegen LAC. Wir sind hier gerade auf dem LAC-Platz und ich hoffe, LAC gewinnt. Da sehen wir, wie LAC aufwärmt. LAC auch beide machen Schüsse. Ja, das Match wird bald beginnen und Schüsse. Glauben Sie, die da kreise kommen dafür zu sehen. Ja, das ist ein schönes Wetter. Hallo. 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 So, und ich bin an, wie sie kommen belehnt. Also, ich bin ein LAC-Platz für LAC kostet. Ich bin nicht ganz schönes Wetterbake. Ich bin nicht ganz schönes Wetterbake-Wetterbake-Wetterbake-Wetterbake, Und ich bin nicht ganz für ein Wetterbake. Vielen Dank. 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 Bye. 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 ... 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